Die eingebaute Antriebs-Schlupfregelung kennt zwei Betriebsmodi, den Automatikmodus und den Expertenmodus. Im Automatikmodus regelt das System Bremsmoment und Motordrehmoment selbstständig, um die Haftung zwischen Reifen und Untergrund zu optimieren. Um eine maximale Wirkung zu erzielen, wird jedes Vorderrad einzeln gebremst. Routinierten Fahrern steht der Expertenmodus zur Verfügung, der über das Multifunktions-Display aktiviert werden kann. In diesem Modus bleibt der Bremseingriff weiterhin aktiv, aber der Fahrer bestimmt das Motordrehmoment mit dem Fahrpedal selbst. Ab 40 Stundenkilometer schaltet das System selbstständig wieder in den Automatikmodus und eine entsprechende Meldung erscheint in der Instrumententafel.